So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Just Kitted Magazin Nummer 7 2023 für 5 Euro. Was gibt es für 5 Euro? Ein brandneues und aktuelles Adrenalin XL Booster Tütchen, ein Sticker Tütchen, Naruto und natürlich eine limitierte Karte der FIFA 365, die brandneue und aktuelle und das Magazin. Alles für 5 Euro. Boosterfreundensammler der FIFA 365 sowieso. Ein Muss wegen der limitierten Karte. Aber das wissen wir ja schon, das sage ich euch ja immer wieder. Hier ist sie, ist leider der falsche Verein für mich, aber trotzdem eine limitierte Karte, die man braucht. Dazu das passende, machen wir das mit Tesafilm drinne, obwohl es eingepackt war. Na gut, du, Sticker Booster, sieht jetzt zerfleddert aus und zweimal verschiedenes. Ein Booster Tütchen der brandneuen und aktuellen Adrenalin XL FIFA 365 Booster, wo eben die limitierte Karte zugehört. Aber jetzt blättern wir natürlich in das brandneue und aktuelle Just Kitted Magazin Nummer 7 drinne rum. Einige warten ja von euch schon drauf, haben ja schon in den Kommentaren geschrieben. So, und es ist auch absolut Sport, Fußball, Game. Es ist so ein bisschen eigentlich von jedem, aber ihr wisst selber, von was es am meisten ist. So, Mako, die Neuen, ja vor Jahren schon angeboxt, alle Kugeln ohne Ende. Sport, 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 Fußball, 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 Fußball. Dann Pokémon. Poster. Muss man nicht wirklich rausholen, auch wenn es die Zeckenpok... Dann haben wir Werbung von das neue Harry Potter Sticker Album. Ja, in letzter Zeit kommen einige Stickers und Booster Karten von Harry Potter raus. Dann Fußball, Fußball. Dann hier, Werbung Stadions. Die Neuen Filme. Fußball zum Gewinn. Fußball, weil ihr so eingeschrieben habt. Kleine Comic-Ballage, witzig. Dann, was ihr so gemacht habt. Und das war's. Also, das ist das brandneue und aktuelle Just Kitted Magazin Nummer 7. Mit Stickerbooster, Boosterkartenbooster und natürlich das Wichtigste, die limitierte Karte, die alle FIFA 365 Adrenalin XL, die neue Serie, braucht. Also, da ist es. Ich sollte es unboxen, habe ich gemacht. Aber nichtsdestotrotz eure Meinung, eure Kommentare dazu. Daumen hoch, wäre man wieder nicht schlecht. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.